Ich bin Herr Kruxcon vom Cardcon.de Team. Ich mache für euch heute die Vote-Verlosung. Dazu habe ich mir alle Namen von euch schon mal in ein Tabellendokument rausgeschrieben. Dann werde ich die jetzt einfach mal randomisieren. Ihr seid 215 Teilnehmer. Und dann werde ich jetzt erstmal das erste VIP-Paket verlosen. An die Nummer 51 geht das. Das ist DJ MyTex. Glückwunsch. Dann das zweite Paket geht an die Nummer 50. Das ist Lettaunus. Auch Glückwunsch an dich für VIP-Paket Nummer 2. Dann das dritte VIP-Paket bekommt die Nummer 160. Glückwunsch an Paulie Panther. Das vierte VIP-Paket geht an die Nummer 109. Glückwunsch an Markoson. Und das fünfte und letzte VIP-Paket geht an die Nummer 149. Alle so nah beisammen heute. Underdog. So. Dann gibt es natürlich noch, wie immer, unsere fünf Team-Köpfe. Diesmal den Kopf von mir. Ähm. Joa. Die Nummer 120. Blokowat. Glückwunsch. Viel Spaß mit meinem Kopf. Außerdem noch der... Nummer 155. Helikan. Glückwunsch. Und dann noch die Nummer 48. MC Mark 98. Glückwunsch auch an dich. Die Nummer 4. Ah. Nummer 4. Okay. Roman Mike. Glückwunsch. Und die Nummer 5. Geht an 148. Old Ui. Glückwunsch. Dann gibt es natürlich, wie immer, noch unsere 5x5000 Cardis. Der erste, die Nummer 50. Blähthaunus. Oh. Du hast leider schon ein VIP-Paket gewonnen. Deswegen mache ich einfach nochmal weiter. Nummer 126. Tut meistens nix. Glückwunsch. Der zweite Gewinner, der 5000 Cardis, ist die Nummer 8. Sastgryplox. Glückwunsch. Und der dritte Gewinner, der 5000 Cardis, ist die Nummer 66. Yusak2. Ah. Schon lang in der Liste. Auch mal wieder was gewonnen. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, oder? Auf jeden Fall. Glückwunsch. Dann die Nummer 173. Yokei 2001. Glückwunsch. Und der fünfte Gewinner, der 5000 Cardis, ist die Nummer 6. Nr. 5. Victor 4. Jo. Glückwunsch. Dann gibt es noch unsere zwei Trostpreise, die 64 Diamanten. Nummer 124. Sun Ocean. Herzlichen Glückwunsch. Und unseren Stackkuchen geht an die Nummer 33. Go. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme an den Votes. Und... Jo. Ich erneut. Ja.